Musik Wir dachten schon fast, wir kommen zurück nach Österreich, weil die Fahne von Lettland auch rot-weiß-rot ist, nur eben anders als die von Österreich. Wir waren nun in Lettland und es gab auch keine Kontrollen bei der Einreise, auch wenn man hier eine Online-Einreiseanmeldung braucht und einen grünen Brass braucht, den wir aber auch hatten. Und irgendwann hatten wir Hunger und wir wollten eine Pause machen. Ich sehe ein kleines Lokal und fahre es an, davor steht ein Motorrad. Ich denke mir nichts und plötzlich sagt meine Frau, das sind die beiden Motorradfahrer von Estland. Ich war sprachlos, da bleibt man stehen und trifft wieder Freunde, einfach so cool. Das darf es jetzt aber nicht geben. Das soll ein Motorradfahrer. Geil! Super gegessen, super getrunken, Freunde getroffen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und in Riga angekommen, fahren wir zuerst einmal zu dem alten KZ-Memorial in Salaspils. Jetzt geht's los. Ich bin mein… Ich bin mein... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nun waren wir in Riga, die Stadt wollten wir uns zumindest etwas ansehen, auch wenn klar war, dass wir da nicht bleiben werden. Und Riga ist schön, werden wir sicher noch mal genauer erkunden. Im Baltikum gibt es noch viel zu entdecken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist ein Teil des Rigaia Ghettos, das nur ein Museum ist. Nächstes Ziel, der Fernsehturm von Riga. Nun war es aber genug vom Ansehen. Es geht weiter. Eigentlich wollen wir in Richtung Dobele und am Weg dorthin irgendwo dann ein Hotel finden unterwegs. Und als wir nach Elgaba kommen, gefällt es uns hier und wir beschließen spontan, uns ein Hotel zu suchen. Es war auch schon später Nachmittag, also hier perfekt. Und wir haben dann auf booking.com ein einfaches Hotel am Fluss gefunden. Am Abend gab es im Hotel noch eine leckere Pizza und am Morgen nach dem Frühstück ist meine Frau noch am Fluss spazieren gegangen und hat gleich noch Fischer beim Morgen feiern getroffen. Der Tag begann zumindest einmal sonnig und wir sind in Richtung Dobele aufgebrochen. In Elgaba haben wir dann noch zufällig eine Sammlung meist alter russischer Autos gefunden. Auf Wiedersehen. 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 Wir erreichen Doböle mit seiner Ordensburg, die wir uns ansehen wollen. Bis zum nächsten Mal. Unser oder eigentlich mein nächstes Ziel war Skrunda, war eine alte verlassene russische Radarstation ist, mit einer verlassenen Militärstadt, die ich mir ansehen wollte. Die liegt da außerhalb des Ortes, mitten im Wald. Aber dort angekommen waren einige neue Schilder da, die die Einfahrt verboten und auf militärische Objekte hinwiesen. Die Schilder waren so neu, dass ich da wirklich lieber umdrehte. Das war mir etwas zu riskant. Das ist eine alte russische Radaranlage, eigentlich verlassen. Oder sollte verlassen sein. Die Schilder sagten auch, dass man da im gestärkten Gebiet keine Drohne fliegen lassen darf. Deswegen bin ich raus und habe es außerhalb des Geländes steigen lassen. Ich wollte ja wissen, ob dort wirklich was war. Und ja, man konnte gut sehen, dass das wieder aktiv im Betrieb war und dass da auch viele Autos waren. Ein Bekannter hat dann recherchiert und mich informiert, dass das estnische Militär das seit ein paar Jahren als Übungsobjekt wieder im Betrieb hat. Also doch gut, dass ich da wirklich umgedreht habe. Also wieder zurück. Eigentlich wollten wir ja weiterfahren nach Iribeene zu den alten Radiodeskopen. Aber es fing dann so stark zu regnen an und wir sind direkt Richtung Grubin und Lipaya ans Meer gefahren. Und wenn wir schon da in Grubin sind, dann schauen wir uns auch die alte Burgrüne an, auch wenn es regnet. Und hier waren früher auch mal alte Wikinger-Siedlungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber jetzt weiter im Regen nach Lipaya, wo wir ans Meer wollten und uns dort in Norden vororts ansehen, versunkene Bunker, die um 1900 von den Russen gebaut wurden und dann im Zweiten Weltkrieg von den Nazis verwendet. Zumindest das, was halt noch nicht abgebrochen war. Und heute sieht man, wie stark Wasser ist, dass ihr diese dicken Betonbunker einfach unterspült und abbrechen lässt. Und da sind viele davon, die da ins Meer abbrechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt aber zurück in die Stadt. Wir haben langsam Hunger und wollen etwas warmes trinken. Wir wollen uns einen Platz am Meer suchen, wo es auch schön ist. Das ist für mich eine typische Verlassenschaft nach russischem Vorbild. Verfallene Plattenbauten, Garagenzeilen und orthodoxe Kirchen. Ein echt postrussisches Klischee. Pause am Meer, an der Mole. Die Sonne scheint. Es ist warm. Die Menschen sind baden. Es ist super. Ja, ein gewisser Sarkasmus schleicht sich da schon ein. Wir fahren nun weiter Richtung Litauen, wo wir an dem Tag noch auf die Kurische nähern wollen. Es ist ja früher Nachmittag bei uns. Da geht noch einiges. Gut, das ist gefährlich. Die Rutschik. Die Rutschik. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020